Hallo, mein Name ist Robert Giebenrath und ich bin Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH mit Sitz in Hannover. Ich selbst habe jahrelang als Projektleiter in der Consulting-Branche gearbeitet und diversen Unternehmen im Finanzbereich geholfen. Bis mir eine Idee kam, ein Service als externer CFO, der speziell zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse von deutschen Wachstumsbetrieben. Und genau das tun wir hier bei RG Finance. Wir unterstützen die Unternehmen beim Wachsen durch Übernahme des Finanzbereiches. Im Speziellen bedeutet das, wir kümmern uns um die Bereiche Rechnungswesen, Controlling und leiten daraus die strategischen Impulse ab, die die Unternehmen brauchen, um ihr Unternehmen ins Wachstum zu bringen. Jetzt ist es so, dass sich nicht nur die Kunden, die wir betreuen, im Wachstum befinden, sondern auch wir selbst stetig expandieren wollen. Deshalb haben wir gleich mehrere Stellen zu besetzen. Zum Beispiel kannst du bei uns mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund als Controller starten und sorgst für die Kontrolle in den Zahlen, damit wir mit der Geschäftsführung gemeinsam die strategisch wichtigsten Entscheidungen treffen können. Oder du hast deine Ausbildung zum Steuerfachangestellten und sorgst für Ordnung im ganzen Bereich Buchhaltung und Rechnungswesen durch die Übernahme der Lohn- und Finanzbuchhaltung für unsere Mandanten. Aber auch mit einer kaufmännischen Berufsausbildung kannst du bei uns als Teamassistenz starten und unterstützt unsere Experten bei der Erbringung des CFO-Services. Generell suchen wir aber nicht nur Unterstützung für unser Operations-Team, also den Zahlenbereich, sondern auch in den Bereichen Vertrieb oder Administration. Also auch wenn du Quereinsteiger bist, lohnt es sich für dich, bei unserem Unternehmen genauer hinzuschauen. Hier bei RG Finance dürfen wir mit einigen der spannendsten Wachstumsunternehmen in Deutschland zusammenarbeiten. Als Controller liegt es in meiner Verantwortung, die Finanzen unserer Kunden fest im Griff zu haben, um Chancen zu nutzen und Risiken auszukontoren. Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Ziel und als Head of Operations bin ich verantwortlich für die Koordination unserer zentralen Dienstleistungen. Was RG Finance aus meiner Sicht besonders auszeichnet, ist die Flexibilität und die besondere Orientierung an den Kundenbedürfnissen, dass wir die bereits im Vorhinein versuchen zu adressieren. Was mir bei RG Finance besonders gut gefällt, ist das kollegiale Zusammenarbeiten und das interdisziplinäre Team, wo jeder seine besonderen Erfahrungen und Blickwinkel einbringen kann. Ich bin bei RG Finance für viele administrative Dinge zuständig, unter anderem auch fürs Bewerbermanagement. Das heißt, dass wenn du dich zum Beispiel bei uns bewirbst, ich dein erster Kontakt wäre. Bei RG Finance fand ich vor allem positiv, dass es flache Hierarchien gibt. Das heißt, dass man halt wirklich auf Augenhöhe ist und keine Unterschiede gemacht werden zwischen der Führungsebene und den Mitarbeitern, sodass da halt immer ein sehr offener Austausch herrscht. Was Bewerber bei RG Finance mitbringen sollen, ist die Bereitschaft, Neues zu lernen, neue Erfahrungen aufzubauen und gemeinsam mit unserem Team das Unternehmen nach vorne zu bringen und unseren Kunden Top-Leistungen anzubieten. Vor meiner Bewerbung bei RG Finance hatte ich erste Bedenken, weil es ein sehr junges Unternehmen ist und da hatte ich halt Angst, dass es im Gegensatz zum Mittelstand vielleicht ein bisschen unsicherer Job wäre. Aber diese Bedenken haben sich total als unbegründet herausgestellt, da das ja genau unser Bereich ist, wo wir den Wachstumsunternehmen helfen, im finanzstrategischen Bereich besser aufgestellt zu sein. Das heißt, du hast hier alle Vorteile von einem jungen, wachsenden Unternehmen, wie zum Beispiel flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und halt auch schnelle Aufstiegschancen. Und auf der anderen Seite hast du einen sicheren Job, wie zum Beispiel bei einem Konzern oder einem mittelständischen Unternehmen. Durch den extremen Mehrwert, den wir in den vergangenen Jahren für unsere Kunden erbringen konnten, haben wir uns als feste Größe am Markt etabliert. Kurz gesagt bieten wir dir also einen langfristigen, sicheren Job in einer Zukunftsbranche, ein Umfeld, in dem du wachsen und Karriere machen kannst und ein überdurchschnittliches Gehalt für einen spannenden Job, den du mit einem coolen Team teilst. Also, wenn das grundsätzlich interessant für dich klingt und du jemand bist, der zum einen sehr zahlenaffin und zuverlässig ist und zum anderen nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten sucht und ein Unternehmen sucht, was ihn fördert und Aufstiegsmöglichkeiten bietet, dann ist es auch für uns interessant, dich kennenzulernen. Denn die Frage ist, wo lernst du mehr? In einem Job, wo du nur irgendeine Nummer in irgendeinem Konzern bist oder wenn du mit uns gemeinsam 100 spannende Unternehmen beim Wachstum unterstützt. Lass mich dir noch kurz erklären, wie der Bewerbungsprozess bei uns abläuft. Zum einen kannst du dich hier auf der Karriereseite über jede einzelne Stelle noch einmal im Detail informieren und schauen, was am besten zu dir und deinen Qualifikationen passt. Anschließend kannst du deine Bewerbung abschicken und wir werden diese dann sichten. Sollte alles passen in der Bewerbung, vereinbaren wir dann ein kurzes Telefoninterview, wo wir einmal die wesentlichen Hard Facts, also Rahmenbedingungen, abprüfen und gucken, ob es sich für uns beide lohnt, ein Bewerbungsgespräch zu führen. In dem Bewerbungsgespräch, was dann virtuell face to face stattfindet, sprichst du mit einem unserer Abteilungsleiter und dann kannst du uns von deiner persönlichen und fachlichen Eignung noch einmal direkt überzeugen. Wenn dann alles passt, gibt es natürlich den Arbeitsvertrag. Du kannst bei uns starten und es gibt ein intensives Onboarding mit einem Trainingsprogramm, was dich optimal auf deinen Job vorbereitet. Dann freue ich mich schon darauf, dich bald persönlich kennenzulernen und vielleicht ist das ja schon bald dein Arbeitsplatz. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.